Aber, ich wollte unbedingt ein Flaggenquiz machen. Ja, und das ist TheOnlyPaul und ich will auch ein Flaggenquiz machen. Hallo, liebe Rätselfreunde, hier bei Betreutes Denken zusammen rätseln statt Langeweile. Und das war TheOnlyPaul, auch ein geschätzter YouTube-Kollege hier. Ich verlinke euch seinen Channel mal unten. Der hat ein Flaggenquiz gemacht und dann dachte ich mir, der Titel war, bin ich der Flaggenmeister? Oder, muss ich mal gucken, bin ich der Flaggenkönig sogar? Bin ich der Flaggenmeister? Und da wollte ich natürlich direkt mit der Blutgrätsche rein und wollte sagen, hm, vielleicht gibt es auch noch andere, die das ganz gut können. Aber Shoutout zu ihm, ich finde seinen Channel ziemlich cool. Könnt ihr auf jeden Fall mal rüber gehen. Und ich wollte eben auch dieses gleiche Flaggenquiz machen, wie ihr das gerade hier in dem Video dann startet. Und zwar habe ich das gefunden auf testedich.de. So, jetzt, zu welchem Land gehört diese Flagge? Das sollte nicht da jetzt so schwierig sein. Ja, Deutschland, ja, fast eigentlich. Belgien natürlich. So, das wäre jetzt schwieriger, wenn noch andere Flaggen gegeben wären. Aber so in der Kombination kann das weder Russland sein, weil da blaue Strafen fällt, Irland, weil die seitlich angeordnet sind und Irland was Grünes hat. Togo, hm, weiß ich gar nicht, müsste Polen sein. Okay, das ist interessant. Hier diese Flagge könnte, ja, ist auf jeden Fall eine ehemalige britische Kolonie. Äh, und das wäre relativ schwierig abzugrenzen von Neuseeland. Ich glaube, da sind die Sterne rot in irgendeiner Form. Ähm, aber das müsste dann Australien sein, weil Bahrain schätze ich, dass da irgendwas Muslimisches dabei sein wird. Irgendein Halbmond oder so, Fidschi-Inseln. Äh, puh, hätte ich irgendwas mit vielleicht Wellen erwartet oder so. Saudi-Arabien ist, glaube ich, grün mit irgendeinem Säbel, mit weißer Schrift oder so. Also, müsste Australien sein. Oh, das kennt man von Geotastik. Äh, und zwar ist das ein Land, was, äh, wo, wenn man bei Geotastik rauskommt, wo fast nichts da ist, äh, müsste eigentlich, äh, Botswana sein, weil Ruanda ist einfach nicht in Geotastik drin. Rumänien ist, glaube ich, blau, gelb, rot und Angola, äh, ist, glaube ich, schwarz mit einem roten Säbel oder so. Irgendwie schwarz-rot und ein Säbel drauf mit gelb, glaube ich auch. Botswana. Ähm, wir kriegen jetzt hier keine Rückmeldung, ob das richtig ist, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ähm, zu welchem Land gehört diese Flagge? Marokko? Ja, das ist es eigentlich fast. Äh, Marokko ist rot mit einem grünen Stern drauf. Ähm, sieht ziemlich ähnlich aus. Afghanistan hat, glaube ich, schwarz-weiß und grün. Oder schwarz-rot und grün, kann das sein. Ähm, China hat auch Standchen, aber ist nur rot. Ähm, also, Ausschlussverfahren bleibt eigentlich nur Burkina Faso. Die Hauptstadt übrigens Wagadougou, äh, falls ihr das nicht wisst. Tunesien hat, glaube ich, einen Halbmond. Äh, Norwegen. Ja, gut, Norwegen, Dänemark. Ja, gut, ähm, äh, die sehen schon ziemlich ähnlich aus. Also, die Länder haben auf jeden Fall kollaboriert irgendwie, um ihre Flaggen zu finden und haben sich dann mit den Farben abgestimmt. Und, aber ich glaube, das müsste Dänemark sein. Bulgarien hat, glaube ich, weiß, grün, rot oder so in irgendeiner freien Folge. Wow. Gut, also, das ist wieder so eine nordische Flagge. Und, ähm, äh, das verwechsel ich immer mit Island. Die haben auch eine ähnliche Farbkombination. Aber wenn das nicht dabei ist, müsste es eigentlich Ferro-Inseln sein. Madagaskar weiß ich nicht. Fidschi-Inseln weiß ich auch nicht. Und San Marino ist, glaube ich, irgendwas. Ähm, das ist es nicht auf jeden Fall. Äh, aber, keine Ahnung, wie San Marino aussieht. Ja, gut, das ist eindeutig, Südkorea. Ähm, das finde ich auch relativ eindeutig. Ähm, Indien. Dieses Rad in der Mitte. Weiß nicht, was das für ein Symbol ist. Estland schwarz, äh, blau, weiß. Ähm, oder weiß, blau, schwarz, glaube ich. Ungarn, äh, so, die Italien farben nur andersrum. Äh, und Luxemburg wie Holland eigentlich. Nur das Blaue ist ein bisschen blauer. Oder hellblauer. Okay, jetzt kommen wir genauso sowas. Ach, okay, das muss dann die isländische Flagge sein, weil Kiribati ist irgendeine, würde ich sagen, ist irgendeine Insel da. Bei Fidschi-Inseln vielleicht. Ähm, vielleicht liege ich da auch falsch. Aber England ist der Union-Check. Irland ist, äh, äh, ja, auch Italienfarben im Prinzip. Island müsste das sein. Ja, gut, da müssen wir, können wir ganz schnell machen, das ist die eindeutigste Flagge, Kanada. Wow. Und da müssen wir mal auf die Dinger gucken, die hier gegeben sind. Also Russland kann es nicht sein. Slowenien, Slowakei, die haben alle so, ja, auch russische Farben mit dann irgendeinem Kreuz drin oder mit irgendwas anderem drin. Das schließe ich auch mal aus. Dann bleibt also Bosnien-Herzegowina und Kasachstan. Und von den Farben passen irgendwie beide, aber ich glaube, Bosnien-Herzegowina hat Sterne mit, ähm, auch ähnliche Farben, gelbe Sterne auf blau, glaube ich. Das müsste dann Kasachstan sein. Wow. Okay. Das ist die erste, die ich jetzt auf, auf den ersten Anblick, äh, noch nie gesehen habe. Äh, aber Finnland, äh, können wir ausschließen. Ähm, Angola, wie gesagt, das ist irgendein Säbel. Also, schwarzer Grund, irgendwas Rotes dabei und ein gelbes Säbel drauf. Ähm, Neuseeland können wir auch ausschließen. Na, oh, das macht es uns einfach. Das müsste dann Kiribati sein. Neuseeland ist ja wie Australien, nur mit roten Sternen. Ähm, okay, lädt die Flagge noch? Nee. Das ist die Flagge. Okay. Also, das sieht ja mal unspektakulär aus. Ähm, und Südafrika kennen wir eigentlich seit der WM kennt, 2010 kennt das jeder. Ähm, kann gar nicht beschreiben. Das ist ziemlich bunt und irgendein Dreieck drin. Ähm, Ruanda. Ja, könnte eigentlich prinzipiell sein. Togo könnte eigentlich auch sein. Libyen könnte auch sein. Ähm, grün ist, glaube ich, im Arabischen ziemlich, äh, verbreitet. Äh, und da ich jetzt keine Ahnung hatte, würde ich einfach auf Libyen tippen. Äh, war das, hat das nicht irgendwas mit arabischer Frühling oder so? Hat man das dann nicht gesehen? Weiß ich jetzt nicht. Hm, das wird interessant. Äh, ah, die habe ich schon mal gesehen, die Flagge. Und, äh, zwar in einem Country-Battle, glaube ich. Äh, Vatikan ist eher so weißlich mit ein bisschen Gelb dazu. Kann das sein? Ähm, Luxemburg, ja, wie die holländische, nur das, äh, ist hellblauer. Das Blau. Ähm, San Marino. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie die aussieht, aber, äh, Lichtenstein müsste so eine Flagge haben. Ja, weil da gibt es auch einen König hier, die Krone. Interessantes Land würde ich mal gerne auf jeden Fall hinreißen in das kleine Lichtenstein. Soll wohl ganz speziell sein. Wow. Ecuador, glaube ich nicht, dass es das ist. Ähm, USA kann man auch ausschließen. Ja, und, äh, dann könnte es entweder Namibia oder Äffenbeinküste sein. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Vielleicht, Äffenbeinküste würde ich erwarten, dass da vielleicht irgendwas mit Ivory, Äffenbein vorkommt. Äh, müsste ich einfach mal Namibia wählen, aber da habe ich keine Ahnung. Ja, das könnte jetzt Afghanistan sein. Das ist das, was ich vorher beschrieben habe. Irgendwie schwarz, rot und grün. Indien kann es nicht sein. Libanon weiß ich gar nicht. Israel ist der, äh, der Stern, der blaue Stern auf weißem Hintergrund. Tippe ich mal für Afghanistan. Ähm, Ukraine ist doch blau-gelb, oder? Äh, Benin passt irgendwie nicht. Ungarn könnte prinzipiell sein von den Farben, aber die sind andersrum angeordnet. Das müsste Bulgarien sein. Ähm, ja, das ist eindeutig die Demokratische Republik Kongo. Ja, manchmal, wenn es in der Politik wieder heiß hergeht, dann, äh, würde man denken, wir sind hier oder hier. Aber, ähm, äh, das ist doch, äh, Deutschland, ja. Ähm, ähm, oh, das ist, äh, ja, die sind diese, ja, diese Kreuze hier. Ähm, äh, irgendwie Nordirland ist ähnlich, glaube ich. Ich weiß es nicht, ist auch, glaube ich, weiß und rot, aber ich glaube, das ist dann doch Georgien. Ghana passt nicht, Südafrika haben wir ja schon gesagt, das ist ja viel bunter. Georgien. So, die 21. Flagge von 30 ist es jetzt. Ähm, Elfenbeinküste. Wie gesagt, irgendwas, denke einfach irgendwie, dass da Elfenbein drin vorkommt. Ähm, Kongo, Ghana, Togo. Wow, das ist jetzt schwierig. Ähm, Ghana. Könnte schon Ghana sein eigentlich. Aber irgendwie, denke ich, dass es Kongo sein könnte. Naja, gucken wir mal, alle, die wir eh nicht richtig haben. Au, das ist peinlich, wenn wir das nicht erkennen. Oh Gott, das will. Ähm, also Argentinien, glaube ich, dass es blau etwas heller ist. Eher wie so ein griechisches Blau. Ähm, Malta hat, ist rot und weiß und hat ein Kreuz drin. Ähm, Honduras und Guatemala. Äh, würde ich mal auf Guatemala tippen, aber auch mehr geraten. Ähm, ja, das könnte man mit Österreich verwechseln, ist aber die lettische Fahne. Die haben wir schon öfter mal gesehen. Ähm, auch im Urlaub. Äh, Südkorea kann es ja auf jeden Fall gar nicht sein. Spanien auch nicht. Das ist eindeutig. Ähm, ja, das ist die Flagge, von der ich vorher gesprochen habe. Ein Rot und Weiß und ein Kreuz drin ist Malta. Wobei Polen, Malta und Indonesien eigentlich alle Rot und Weiß sind. Also das ist ziemlich fies von der Auswahl. Weiß-Russland sieht ganz anders aus. Aber wie, weiß ich jetzt nicht. Ah, das hat mir vorher schon gesagt. Marokko, grüner Stern und roter Grund. Türkei kann nicht sein. Madagaskar weiß ich nicht. Tunesien muss mir auch entfallen. Äh, ne, Tunesien hat weiß und Rot und einen Stern. Zack. Ja, jetzt ist die Frage, äh, muss man das Blau hier deuten? Sieht aus wie Königsblau, nicht so wie Himmelblau. Ähm, also müsste das Niederländisch statt Luxemburg sein. Die anderen beiden kommen nicht in Betracht. Es kommen noch drei Flaggen. Ja, und da ist eine Krone. Oh, da ist eine Hand, die sich irgendwie, äh, die Stopp sagt. Halt, Stopp. Ähm, Irland kann das nicht sein. England kann es nicht sein. Ja, Georgien hat mir ja schon anders so geordnet. Ähm, und das war auch meiner Erinnerung nach, dass die irgendwie so weiß und rot ist. Weil wir da auch schon mal waren. Ähm, aber auf diese Hand haben wir nicht geachtet. Das sieht mal interessant aus. Halt, Stopp. Land. Ähm, okay, das Nächste müsste, gucke ich mir jetzt, äh, ich habe gerade Portugal überlesen. Ähm, ähm, äh, ja, das ist eindeutig. Äh, Malaysia, Armenien, Frankreich kann es nicht sein. Beziehungsweise ist es so charakteristisch, diese Flagge. Sollte das schon sein. So 29 von 30. Es gibt noch eine Flagge zuzuordnen. Danach, nach der hier. Ähm, da ich jetzt weiß, dass die, naja, ich weiß, dass San Marino und Rumänen hier ähnliche, ähnliche Flaggen, glaube ich, haben. Äh, aber in der rumänischen ist nichts drin. Und Chad, weiß ich nicht. Das könnte auch genau so eine Flagge haben. Äh, aber da ich weiß, dass die rumänische solche Farben hat, prinzipiell, würde ich mal das antippen. Aber da wäre ich mir echt unsicher, ob der Chad vielleicht nicht, äh, genau die gleiche Flagge hat. Weiß ich nicht. So, also Luxemburg können wir ausschließen bei der Flagge. Das ist, äh, blau, weiß und irgendein Emblem, äh, mit einer Krone. Äh, da eine Krone hat, also San Marino müsste einen König haben. Ähm, nach Togo, afrikanisch, sieht das jetzt nicht unbedingt aus. Ähm, Schweden, ja, sieht einfach deutlich anders aus. Und deswegen Ausschussverfahren würde ich sagen San Marino. Und dann schalten wir doch mal hier um und schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Äh, gucken wir uns das mal da an. Auswertung, ja. Und wir haben, oh, 28 von 30. Richtig erraten. Ähm, hier kann man dann auch noch in dem Rätsel durchgehen. Das verlinke ich euch natürlich auch unten. Vielleicht verlinke ich euch auch, ah ne, ich verlinke euch genau das, äh, dass ihr das auch mal rätseln könnt. Äh, wo waren wir, wo haben wir den falsch gelegen? Ähm, die waren alle richtig, 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 richtig. Ähm, hier, ähm, hier, ah, das war, äh, Ghana. Und ich glaube, wir haben Kongo ausgewählt. Hm, war es doch falsch. Ähm, und hier Honduras. Honduras und wir haben Guatemala gedippt. Ah, das ist bitter. Also sollte man eigentlich von Geotastik wissen, wie Guatemala aussieht. Aber für mich sah das irgendwie ziemlich ähnlich aus. Aber kann ich mir auch vertan haben. Und die Restlinien sollten ja eigentlich alle richtig sein. Ähm, das war ein nettes, kleines Rätsel. Ähm, schaut doch auch noch mal bei dem geschätzten YouTube-Kollegen vorbei, wenn ihr Lust dazu habt. Ähm, ich bin raus für heute. Macht's gut und ciao, ciao. Das war's für heute.